Hallo und herzlich willkommen hier zum Euro Truck Simulator 2. Ja ich möchte erstmal ganz herzlich den Basti begrüßen. Hallo Danny. Ja der Stau ist nun weg. Es war eine Vollsperrung über fast fünf Kilometer. Hat man eigentlich erschweint, dass wir noch weit vorne gestanden haben. Trotzdem stand ich fast eine halbe Nacht. So wollen wir gar keine Zeit verlieren, die wir eh schon verloren haben. Haben Kranze gezogen. Es geht los. So jetzt müssen wir erstmal wieder zurückfinden auf der Autobahn. So der Kollege lässt uns raus hier. Das ist wunderbar. Ich komme ja von der gleichen Forma. Und du? Need for Speed Fan? Nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Wenn man schon nicht mit TS spielen kann, sollte man vielleicht auch was anderes spielen. Genau. So machen wir das. Und Motor ist Motor. So jetzt hat man mal den V8 wieder gehört. Vom feinsten sage ich euch. So da fahren wir jetzt mal auf die Autobahn und werden wir mal sehen, dass wir heute mal staufrei fahren. So was gibt es Neues? Ja wir fahren jetzt Richtung Deutschland und werden dann quer durch Deutschland machen, Richtung Erfurt. Dann Hannover, Hamburg. Und von Hamburg machen wir dann nach Flensburg. Werden wir mal kurz den Sonnenbill runter machen, dann ist es für mich auch nicht so schwer, dass ihr den Bastian noch versteht. Moment. Das hört dir doch nicht schlecht an. Ja. Ich komme auch an Kiel vorbei. An Kiel habe ich ja schon gesagt in ein paar Folgen vorher, dass wir auch mal den neuen Autohof besuchen werden. Und dann wieder quer durch Land hoch nach Dänemark machen. An Kopenhagen vorbei. Und oben an der Spitze ist dann unser Einpunkt. Dann haben wir ungefähr fast 3000 Kilometer weg. So hier geht es jetzt gerade aus Salzburg München oder dann rechts rum nach Innsbruck. Ich weiß gar nicht warum der mich jetzt hier runter leitet. Normalerweise muss ich doch Richtung München oder? Ja dann fahren wir halt jetzt mal mit hier runter. Normalerweise können wir auch über München fahren, das war eigentlich Ruminum. So dann ladet er die auch über die Landstraßen oder so. Das denke ich immer fast. Wenn das es sein sollte, werde ich irgendwo drehen und werde über der Autobahn fahren oder vielleicht fahren wir über Land. Mal gucken, wie wir es machen am besten. Na hält er an, hält er nicht an. Na! Vorfahrt geschnitten, die Sau. Und die Odlei! Wart ihr alle nicht in der Vorschule oder was ist hier los? Ah! Ach Basti, ich habe heute mein Best-of angefangen. Okay. Ja. Best-of. So, hier ist schon wieder fast Stau oder was ist hier los? Ich krieg bald Asche hier in den Land. Warum schickt er uns jetzt über Innsbruck? Ich muss mal kurz auf die Korte gucken. So, wenn wir jetzt mal nochmal zurück auf die Autobahn geht. Die war ja jetzt... Ähm... Wo hat denn der uns jetzt runtergeschickt? Ach, hier. Gut. Das ist Quatsch. Wir fahren jetzt wieder zurück auf die Autobahn. Der schickt uns über die Landstraße nach Salz... Ne. Über die Landstraße bis nach Innsbruck und dann nach München. Aber wir könnten auch theoretisch über der AC fahren Richtung Salzburg. Und Salzburg machen wir dann auf der A1 Richtung München. Wäre eigentlich viel logischer. So. Aber wir fahren jetzt Landstraße, das ist jetzt eigentlich wurscht. Weil jetzt sind wir eh ja immer drauf. So, ne. Dann werden wir jetzt mal hier ein bisschen Landstraße tuckeln bis nach München. Holla, die Waldfee. Warum bremsen der hier vorne nicht im Motor? Und hier ist überall die Straßen nass. So, mal ganz gemütlich hier in den Bergen auf der Landstraße ein bisschen tuckeln lassen. Wenn vor mir nicht jeder bremsen würde. Ah, ich hab's dir ja gesagt. Der fährt nicht über die Landstraße, oder? Ja, ja. Ja, ja. Hast recht gehabt. Ne, ich werd jetzt eins machen. Wir fahren nicht über die Landstraße. Wir fahren jetzt Richtung Salzburg auf der Autobahn. Weil über die Landstraße... Das ist einfach noch zu weit, dass wir jetzt hier rumeiern werden. Wir fahren jetzt wieder zurück und werden uns dann auf der Autobahn Richtung Salzburg fahren. Und dann von Salzburg nach München. Wir haben sowieso schon Zeit verloren. Wegen dem Stau. Und dann werden wir jetzt mal ein bisschen Zeit wieder rausholen müssen. Wenn mich mal jemand rauslässt. Das sieht weiter okay mal raus hier. Das ist zu affig, ey. Na, halt an, komm. Nein. Ah, so eine selten dämliche Kuh. Ja, da war der Kollege. Ja, das machen wir jetzt. Wir fahren jetzt wieder zurück auf der Autobahn. Das Beste. Wenn wir jetzt hier noch rumtugeln wollen über die Landstraße bis nach München. Das dauert dann auch noch mal ewig. Na, jetzt ist hier schon wieder der Stau, ey. Was ist denn noch hier los? Ah, das geht gut. So, dann werden wir mal wieder auf der Autobahn fahren. Richtung Salzburg. Das wäre das Beste. Oh, jetzt sind wir aber kaputt, Stuhl. So, jetzt sind wir aber kaputt. So, dann fahren wir jetzt mal auf der Autobahn. So, dann fahren wir jetzt mal auf der Autobahn. und von Salzburg dann auf der A1 Richtung München ist am besten jetzt Stau, lol, Stau, Stau, Stau! Ich wollte ja das hing dich ja mit dir und Landstraße leiten Jetzt gehts wieder weiter, gut sehr dank Boah, was ist das für ein Berg hier, Alter? Hör mal, wie der, wie der tuggelt Kommt mit dem Berg fast nicht hoch Loll Hast du das gehört? Ja Das sind ganz schöne Probleme, ey Turbo drin, du! Ja, toll, super, erwidert der nächste Stau hier Scheiße, weil die Straße übelst glatt ist und das bestimmt 35% Steigung hier Und ihr seht's hier Die Hinterräfen, die drehen ganz schön durch Als wenn ich das sehe, zu viel haben wir auch nicht gut gemacht Wären wir mal lieber über die Landstraße gefahren Huuu, das war ein enges Trend jetzt eben gerade Habe gerade gegen ein Auto gewonnen, was mindestens 60 PS mehr hatte als ich Okay Okay Jetzt duckelter wird er jetzt Braucht bloß eh mal Schwung hier Oh, wir vermachen gerade hier Oh, wir vermachen gerade hier eine Stauproduktion Kannst doch nicht ändern Kannst doch nicht ändern Kannst doch nicht ändern Die Straße zu glatt ist hier Und jetzt Oh, ja, jetzt Jetzt hat er noch wieder Krip Und jetzt Oh, ja, jetzt Und jetzt Oh, ja, jetzt Oh, ja Oh, ja Oh, ja Oh, ja So, jetzt geht es aber abwärts gegen Richtung München. So, sieht doch alles gar nicht so schlecht aus. Also der Berg war echt hardcore gerade. Normalerweise wäre das kein Problem, aber die Straße war so glatt, dass die Reven durchgedreht sind. Oh, der kommt in Schleidern, der kommt in Schleidern, ah, fuck. Alter, die Straße ist echt glatt, jetzt haben wir aber noch die Karre gerissen, ey. Mal gucken, ob ich jetzt irgendwie einen Reifenplärzer hatte oder sowas, keine Ahnung. Muss mal kurz auf den Standstreifen anhalten, mal gucken gehen. Darf aber nicht passieren, dass wir uns dazu nicht umfahren hier. Gucken wir erstmal an die Seiten. Also hier sieht alles noch gut aus. Die Hümerreven sehen auch gut aus. Ne, ist kein Reifen geplatzt. Wahrscheinlich war es so glatt, dass ich im Stadion gekommen wäre. fast. So, jetzt sind wir wieder auf dem Weg. Richtung Salzburg. Und ja, ich schätze mal, ich weiß nicht wie weit wir heute kommen. Wir haben wieder viel Zeit verbraucht, die uns wieder fehlen werden. Ja, was sollen wir machen, ne? Scheiß dir alle, ey. Kannst du nicht sein, drum. Das ist halt das Leben. Genau. So, jetzt haben wir den nochmal richtig schön durchgegeben, den Affen. Das ist fast gar keine Autobahn hier, wenn man sie sieht. So, und dann werden wir jetzt mal nach dem Parkplatz Ausschau halten. Mal gucken, wo wir heute ihn finden hier in Österreich. Warst du schön in Österreich, Basti? In Wirklichkeit? Oder im ETS? Ne, ETS. Ja, ist aber schon länger her, wo ich da durchgefahren bin. Warst du in Salzburg? Kann sein. Okay. So viel los? Ja, es geht, aber ich muss mal wissen, wo in Salzburg irgendwo ein Parkplatz ist. So, jetzt geht's hier um Berg abwärts. Nicht mal hoch. Wir sehen, wo wir heute hier einen Parkplatz finden, wo Pause machen können. Ich glaube, wir kommen jetzt gleich in Salzburg rein. Irgendwas müsste gleich kommen. Mal gucken, vielleicht stellen wir uns heute auch dahin. So. So, ja. Was kommt jetzt hier vorne? Sieht fast aus wie ein Tunnel. Dann werden wir jetzt mal durch den Tümmel fahren. Ach, ist das herrlich. So, das müsste jetzt Salzburg sein. Ah, wir sind in Salzburg. Da werden wir heute Pause machen. So, da werden wir nämlich jetzt gleich mal die zweite Einfahrt, die erste Einfahrt nehmen. Da sind wir ein wenig erstmal von der Straße runter und haben nicht so viel Verkehr. So, da werden wir jetzt mal wiederholen. Ups, da hat man fast noch den DHL-Fuzi gerannt. So, wie gesagt, wir fahren jetzt mal hier rein. Wir werden uns mal jetzt einen schönen Parkplatz raussuchen. Mal sehen, vielleicht können wir irgendwo ein Zentrallager halten. Wäre ja ungünstig. Wenn nicht, stellen wir uns ja irgendwo an die Straßenecke auf dem Fußweg. Muss ja auch mal gehen. Joa, für eine kleine Pause, ne? Jo. Irgend so ein Waldstück, das wäre mal geil. So, wir werden jetzt mal hier rechts rumfahren. Mal gucken, ob wir hier vorne irgendwie was bekommen. Schönes Bild. Ich bleib' heute gleich mal hier stehen. Das werden wir heute mal machen. Wir werden heute mal hier an der Straße stehen bleiben. Kommt jetzt noch jeder vorbei? Ja. Gut. Wir stehen heute an der Straße neben einem Schloss. Ja, gut. Jetzt gucken wir mal noch, ob der LKW noch vorbeikommt. Aber ich denke mal schön. Mach jetzt keinen Mist. Also, vor vorbei, löst. Tja, doch nichts mit Straße stehen bleiben. Dann müssen wir weiter auf dem Fußweg fahren. So, jetzt geht's. Ich stehe mal aber voll auf dem Fußweg. Das können wir auch nicht machen. Mach schon mal meine schöne Front kaputt. Aber soll da mal irgendwo ein Parkplatz suchen, ne? Ne, ich wäre jetzt hier an der Straße stehen, ist mir alles wurscht. Gut. Ja, dann sage ich mal, danke fürs Zuschauen. Ich bedanke mich beim Basti und, ja. Bitte, bitte, Deni. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like, ein Abo oder einen schönen Komi da. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hier aus Salzburg. Ohne Staus am besten. Und, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. notably da